Ja, meine Freunde, Spieltag ist vorbei bzw. unser Spiel ist vorbei. 3-0 gewinnt der HSV gegen den VfL Bochum. Eieieiei, Gott sei Dank, diese Pflichtaufgabe hier richtig gut erfüllt mit einem 3-0 und einem Ausrufezeichen. Ich glaube, dass wenn wir sogar am Ende weiter so nach vorne gespielt hätten, wäre vielleicht auch ein 4-0 drin gewesen. Aber erstmal fangen wir von ganz vorne an. Wir gucken uns natürlich auch gleich erst nochmal die Startaufstellung an und bewerten die ganzen Jungs. Ich sage euch erstmal die Tore. Füllkuch schießt das 1-0 in der 29. Minute nach Vorlage Jung. 2-0 von Niklas Schmidt in der 43. Minute nach Vorlage Jung. Und das 3-0 war ein Freistoßtor von Marvin Dux in der 59. Minute unter der Mauer durch. Brillant. Sehr, sehr stark gemacht. Ich muss sagen, wir sind am Anfang ein bisschen schwierig ins Spiel gekommen. Müssen wir ehrlich sein. Die ersten 20 Minuten waren eher sehr träge. Viele lange Bälle, viele Bälle wurden direkt abgegeben. Sehr uninspirierendes Offensivspiel. Muss man auf jeden Fall auch bei so einem 3-0-Sieg trotzdem nochmal anbei sagen. Das war nicht unbedingt gut, wie wir in die Partie gestartet sind. Ohne, dass jetzt Bochum auch irgendwie gut gewesen wäre. Es war einfach nur so, dass wir halt wirklich jeden Ball rüber geschossen haben, die wieder zu uns geschossen haben. Das ging dann hin und her. Das war einfach eine sehr träge Partie. Dann aber der Brustlöser. Definitiv das 1-0 von Völkow in der 29. Minute. Ich muss da auch nochmal erwähnen. Völkow bis dahin auch eigentlich nicht gut in der Partie gewesen. Da hat man auch schon so ein bisschen dran gedacht. Wir haben auch so ein Streamlog gesagt, der auch zuletzt ja sich auch ein bisschen beschwert hatte. Völkow aber zuletzt auch Probleme daran hatte, Bälle festzumachen. Auch wenn er sie weitergeleitet hat. Oft in den Rücken gespielt. Kam dann nicht an. Dennoch, nach seinem Tor, muss man sagen, ist Völkow sehr, sehr, sehr viel besser ins Spiel gekommen. Waren in Kombinationen drin. Hat auch mal am Ball mit der Hacke weitergeleitet. Hat nach hinten gearbeitet. Bei dem Standard hinten hat er dreimal mit dem Kopf rausgekämpft. Dreimal das Duell gegen Hofmann gewonnen. Das war sehr, sehr stark. Das hat mir gut gefallen, wie er dann auch gekämpft und gefeitet hat. Auch Jung muss ich loben. Bei dem 1-0, bei der Vorlage hat er gut gemacht. Aber da sage ich auch, hat er den Kopfball weitergeleitet. Da war Völkow der Star für mich bei diesem Tor. Dennoch schöne Vorlage nach dem langen Ball. Aber beim 2-0, muss ich sagen, Jung, sehr gute Übersicht. Spielt den Ball schön auf Niklas Schmidt, der dann das Tor wundervoll macht. Und man muss auch wirklich sagen, das 2-0, Niklas Schmidt hier nochmal extra lob. Hat wirklich den kompletten Angriff mit organisiert. Also es war ein langer Ball von Bochum nach einem Standard, der eigentlich zu unserem Tor geführt hat. Schnell abgefangen. Niklas Schmidt kommt super vorbei an Kunde. Macht ganz, ganz viele Meter. Dann ist der Ball erst geklärt, weil dann Bittencourt eine Flanke nicht richtig reinbringen. Dann kommt der auf Umwegen doch wieder zu Jung. Der reagiert sofort. Sieht bei Niklas Schmidt ist keiner. Spielt den Ball rüber in den 16er rein. Rechts 16er Kante. Und da steht da Niklas Schmidt und macht sein zweites Saisontor. Wir erinnern uns, beim ersten Saisontor ist die Werder-Lampe kaputt gegangen gegen Borussia Dortmund. Jetzt mit dem neuen, ich sag mal, Werder-Stuhl, der grün leuchtet, hat hier scheinbar Glück gebracht. Also alle mal auch unten rein, Hashtag Werder-Stuhl. Auch gerne natürlich ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde sagen, die 300 Likes für drei Punkte kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht schaffen wir auch die 600 Likes für die sechs Punkte, denn nächste Woche geht es ja auch weiter mit Punkten. Ähm, ja, das war das 2 zu 0. Das 3 zu 0 war dann eine super Freistoßposition. Direkt vor dem 16er, äh, Marvin Dursch und Niklas Schmidt standen da. Ich muss ehrlich sein, ich hab gehofft, dass Niklas Schmidt ihn schießt, weil ich gesagt hab, der hat schon ein Tor gemacht, der ist gut drauf. Ich glaube, das könnte passen. Und vor allen Dingen auch zuletzt waren die Standards von Dursch ja eben auch nicht super krass. Äh, dennoch hat Dursch das auch schön gemacht. Muss man ihn auch loben. Schießt den Ball dann unter die Mauer durch, trifft ins Netz. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, das war echt, echt wirklich schön. Äh, bevor wir jetzt auch gleich in die Einzelkritik der Spieler gehen, das war übrigens unsere Startaufstellung, möchte ich auch nochmal sagen, Leute, das ist auch krass im Stream auch mal so zukünftig, ne? Wenn dann Leute wie Dursch ein Tor machen und der im Vorhinein kritisiert worden ist, oder auch ein Jung, dann als erstes zu schreiben, wo sind die Dursch-Hater oder die Jung-Hater, ist so ein Quatsch. Also ich glaube, ganz, ganz viele waren heute der Meinung, hätten oder hätten heute gerne Buchanan in der Startelf gesehen. Das ist auch immer noch meine Meinung gewesen, weil ich einfach finde, dass die Jung zuletzt gerade auch gegen Frankfurt sehr schlecht ausgesehen hat, bis heute aber auch sehr gut gemacht hat. Dennoch hätte ich mich gefreut, wenn man auch mal einem jüngeren Spieler dann die Chance gibt, sich zu beweisen und auch ein gutes Spiel zu machen. Will ich hier auf jeden Fall ganz klar nochmal sagen. Das heißt aber nicht, dass man ein Hater von irgendeinem Spieler ist. Am Ende kann für mich, also von mir aus sogar ein Zeugwart ein Tor machen. Solange wir am Ende das Ding gewinnen, ist alles super. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal am Rande sagen, weil manche sich ja richtig aufgehalten, wenn dann die Leute ein Tor machen, die mal in der Kritik standen oder einfach mal nie so gute Spiele gemacht haben. Pavlenka hat das gehalten, was zu halten war. Also das war jetzt nichts groß auffälliges. Muss man sagen, einmal musste er glaube ich zupacken. Sonst kam auch nicht sonderlich viel. Bei Standards war er auch da. Jung mit zwei Vorlagen. Super Spiel gemacht, offensiv, defensiv. Auch gerade am Anfang in den ersten 20 Minuten oftmals sich überlaufen lassen. Vor allen Dingen auch mit Jung, äh, mit Jung sag ich schon, mit Friedel, der dann auch zweimal weggerutscht ist. Deswegen ist dann Bochum auch mehr über deren Rechte unsere linke Seite gekommen. Also defensiv waren Jung und Friedel in dieser Kombination nicht ganz so sicher. Dennoch ist nie was richtig angebrannt. Von daher völlig okay. Und wie gesagt, Jung auch mit zwei Vorlagen in der Offensive. Pieper fand ich sehr, sehr stark. Hat alles weggehauen eigentlich, was da war. War im Kopf immer wieder mit dabei. Hat dann auch den Ball mit nach vorne geschrieben. Äh, Pieper hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wirklich tolle Leistung. Ihr wisst, ich persönlich gebe keine Einzellnoten. Ihr könnt das aber gerne machen. Also wenn ihr in den Kommentaren Einzellnoten für die Jungs geben wollt, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne machen. Ich mache das ja nicht. Ich sage einfach nur, wen ich gut, wen ich schlecht fand und was ich gut fand. Stay fand ich eher ein bisschen unauffälliger. Muss ich tatsächlich sagen. War jetzt kein super Sahnespiel. War aber auch kein schlechtes Spiel. War okay. Also es ist oftmals unauffällig gewesen. Ja, hat die Zweikämpfe auch gesucht. Auch gerade gegen Koundé. Der, der ja auch im Mittelfeld so ein bisschen der Zerstörer war. Wobei der am meisten in Zweikämpfen mit Groß war, muss man auch sagen. Aber ja, war okay. So, Stay. Also wie gesagt, ohne jetzt krass da gewesen zu sein, finde ich. Marvin Dux, ähm, relativ unauffälliges Spiel. Hat das Tor eben gemacht. Unter die Mauer dann durch. Wurde auch ausgewechselt. Ich habe es mir hier alles mal aufgeschrieben. In der 82. Minute. Dinchy kam dann rein. Ähm, aber war alles im Eilen wirklich ein unauffälliges Spiel von Marvin Dux. Ähm, war nicht oft in Szene. Auch nicht oft sonderlich am Ball. Hatte ein, zwei Kombinationen im Mittelfeld gehabt. Auch mal mit Füllkug oder dann mit Bittencourt. Aber ja, ich glaube, er hätte eine sehr, sehr gute Szene gehabt, wenn Füllkug einmal bei einer Offensivaktion den Ball direkt links zu ihm rübergelegt hätte. Hatte sehr, sehr viel Platz gehabt. Hat sich dann aber entschieden, nach rechts zu spielen, Füllkug. Und dadurch ist die Situation verpufft gewesen. Aber der hat auch das Tor gemacht, was sehr, sehr wichtig und schön war. Deswegen Kompliment auch an der Stelle. Sonst aber unauffälliges Spiel. Bittencourt auf jeden Fall ein belebendes Element heute gewesen, muss man auch sagen. Nachdem er die letzten Spiele, abgesehen, das letzte Spiel war ja gesperrt, aber davor die Spiele nicht ganz so stark war, finde ich persönlich, hat er heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat wirklich die Seite beackert, hoch und runter gelaufen. Viele Flanken reingeschlagen oder auch versucht reinzuschlagen. Ähm, ist oftmals mit dem Ball auch nach vorne. Hat versucht, das Tempo mitzunehmen, die Offensive anzukurbeln. Also Bittencourt hat mir auf jeden Fall, Leute, sehr gut gefallen. Ähm, Füllkug habe ich gerade schon erwähnt. Das Tor wunderschön gemacht. Danach auch viel besser in die Partie gekommen. Ähm, hätte wie gesagt einmal den Ball rüberlegen müssen auf Ducs noch. Sonst danach auch nicht mehr ganz so krass auffällig gewesen. Aber in dem Situation, wo er eben dabei war in der Offensive, wo dann auch der Ball verlängert worden ist oder so, sah das schon immer ganz gut aus. Hat wie gesagt auch einen Angriff mit angekoppelt, damit der Hacke den Ball nochmal auf die Seite legt. Es war schon gut, sein Tor gemacht, aber die ersten 20 Minuten ist er einfach, erst 25 Minuten ist er nicht so gut in die Partie gekommen. Dann hinten heraus deutlich besser gewesen. So muss man es auf jeden Fall, glaube ich, formulieren. Ja, Veljkovic, ein, zwei Fehler gemacht. Aber ich glaube, er hat auch den langen Ball gespielt auf Jung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht beim 1-0. Ähm, ein, zwei kleinere Fehler waren drinne im 16er selber. Aber alles in allem auch ein gutes Spiel gemacht. Grundsolide, ohne groß auffällig zu sein. Auch keine gravierenden Fehler oder so. Einfach grundsolides Spiel von Veljkovic. Ich muss auch nochmal kurz sagen, Bochum hat natürlich auch die ein oder anderen Chancen gehabt. Aber war jetzt eben nicht gesonderlich nennenswert. Zwei Schüsse aufs Tor von Bochum. Neun Versuche insgesamt. Ähm, in der Anfangsphase hätte da Bochum das 1-0 gemacht. Ich glaube, dann wäre es eine andere Partie gewesen. Dann hätte es schwierig für uns werden sollen. Können. Ja, Niklas Schmidt, nicht nur sein Tor gemacht, sondern eben auch diesen Angriff komplett mit aufgezogen. Und immer wieder auch heute versucht, irgendwie das Spiel mitzulenken. Die Bälle zu verteilen. Allgemein versuchte er sich immer wieder auch in Szene zu setzen. Auch mit einem Seitenwechsel mal. Hat wirklich auch wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Fand Niklas Schmidt besser als Stay, aber schlecht als Bittencourt. So würde ich es sagen. Trotz Tor, aber auch Kompliment für das Tor. So, Friedel, sogar eher noch einer der Schlechteren heute gewesen. In der ersten Halbzeit sehr, sehr oft weggerutscht. Hatte mich sehr, sehr gewundert gehabt. Kam dann auch nicht gut in die Zweikämpfe. Oft zu passiv gewesen. Äh, diese Seite. Jung, Friedel, war dann echt wackelig. Gerade, wie gesagt, in der ersten Halbzeit. War ich sehr, sehr froh, dass wir darüber kein Tor kassiert haben. Das wäre sehr bitter gewesen. Ich erinnere gerade an eine Aktion, wo der Ball dann, wo auch wieder, ich glaube, Friedel erst weggerutscht ist. Jung kommt nicht in Zweikampf. Dann wird der Ball von Tutu, oder wie der heißt, reingespielt. Hofmann dann in der Mitte. Kriegt den Ball auch angenommen. Fällt dann aber so leicht weg. Hätte er da dann den Ball, also erst wird er durchgelassen, dann zu Hofmann. Hätte er da den Ball dann aufs Tor noch draufschießen können. Hätte es vielleicht schon 1-0 für Bochum stehen können. Also, da war ich sehr froh, dass da nichts passiert ist. Einer der schwächeren Spieler von heute, muss man schon sagen. Groß, auch gut gewesen, oftmals versucht auch das Spiel anzukurbeln, schnell zu machen, sich auch fallen lassen. Hat da ganz viele Zweikämpfe mit Koundé auch gehabt irgendwie. Die beiden haben sich richtig gefunden, haben sich tatsächlich auch mal richtig angekackt. Ja, das hat mich auch sowieso sehr gewundert gehabt. Aber wirklich grundsolides bis gutes Spiel von Groß, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, dass man, also wenn man da eine Note geben wollen würde, wäre das so eine klassische gute Drei. Eine gute Drei, ja. Und das wäre es auch schon von der Einzelbewertung sozusagen. Ich habe das heute jetzt mal mit reingemacht. Habe jetzt zu jedem Spieler was gesagt. Reingekommen sind noch in der 76. Minute Romano Schmid für Niklas Schmidt. Unauffällig, aber ganz okay. Hat einmal den Ball gut zu Schribitzel gehabt, hat dann den anderen versucht. Aber es ist nichts bei rumgekommen. Dinchy und Ruev kamen in der 82. Minute rein. Konnten nicht sonderlich viel aufs Spiel einwirken. Dinchy eine Offensivaktion gehabt, so eine halbe. Aber ja, das war dann auch nichts halbes gekannt. Also es kam auch nicht zum Torabschluss, einfach nur so ein bisschen mit nach vorne gerannt. Philipp und Kiarodia kamen in der 91. und der 92. war das Spiel vorbei. Also da können wir einen Haken dran machen. Was ich am Ende nochmal sagen möchte, ist ja aber ganz klar, was ich so ein bisschen schade fand. Also ich bin, wie gesagt, heilfroh über den 3-0. Das war mega gut, gar keine Frage. Ich bin mega happy. Ihr sollt alles Wochenende genießen. Ich werde es auch genießen. Alles gar keine Frage. Was ich aber trotzdem anmerken möchte, ist, dass ich mir schon gewünscht hätte, wir haben in der 59. Minute 3-0 geführt, dass man dann wenigstens mal den ein oder anderen jungen Spieler reinbringt. Auch Philipp sollte mehr Wettbewerbspraxis eigentlich kriegen und hätte das super für sich nutzen können, auch im Sturm mal sich zu zeigen. Ein Kiarodia, der eine Ausstiegsklausel hat, da wäre auch mal schön, ihn mehr als eine Minute zu sehen in der Bundesliga. Oder vor allem, weil Friedrich eh nicht so einen starken Tag hätte, er hätte ihn sehr, sehr gut rausnehmen können. Oder eben dann auch Buchanan für Jung dann später noch bringen, hätte Jung praktisch den Applaus der Tribüne gegönnt. Und auch Berger hätte ich gerne gesehen gehabt als ersten Bundesliga-Einsatz. Aber ja, das war praktisch meine Einzelbewusstung, so eine Randanekdote, die ich schon am Ende noch sagen wollte. Was mich auch sehr, sehr freut, wo ich auch nochmal Liebe rauslassen will, ist, wir haben tatsächlich bei dem neuen Bundesliga-Kanal hier die 900 Abonnenten noch geknackt. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne alle abonnieren, alle abchecken. Knife ist unten verlinkt. Und da sind Schiedsrichter-Diskussionen, Bundesliga-Talks, alles Mögliche drauf, Transfer-News, alles. Also könnt ihr sehr gerne auch abchecken. Jetzt bin ich erstmal raus, euer Nico und ciao.